Oh, hey, hallo, ich grüße euch. Moritz und ich sind heute in ein Spaßbad gegangen. Das hat Moritz sich nämlich gewünscht. Er wollte mal eine Runde schwimmen gehen. Wenn nicht diese ganzen Tiere hier wären. So, fertig. Und Moritz, welches Tierchen hättest du gerne? Das Boot? Scheint wohl ein bisschen wasserscheu zu sein, der Kleine, was? Na gut, okay, nimmst du das Boot. Auf geht's! Dann wollen wir mal loslegen. Moritz, bist du bereit? Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön hoch. Moritz! Du bist jetzt doch wasserscheu. Hab ich's doch gewusst. Okay, dann gehe ich alleine fahren. Hey, hallo Moritz. Pass mal auf, ich hab ein Rätsel für dich. Wer bin ich? Ja, Flipper, genau. Und dann gehen wir mal los. Ähähähäh! Musik Aha, Moritz, hier hast du es dir also für wütlich gemacht. So, so. Hey, komm mal zu dir. Na, Moritz? Hast jede Menge Freunde gefunden, was? Hier hast du es dir gemütlich gemacht. Ich würde sagen, dann machen wir gleich mal das Foto des Tages. Unser Nichtschwimmerschwein Moritz. So, hey, und die Bilder, die könnt ihr euch wie immer im Internet anschauen. Und da seht ihr auch, dass Moritz nicht immer so ein Schisser ist wie heute. Alles klar? So, und ich gehe jetzt noch eine Runde schwimmen, okay? Bis später. Bis später. Ja. 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 Ja.